Was ist denn viel öfter mit? Was ist denn ernst? Oh mein Gott Wow, GG, Stefan Das macht mir ja degnastet Ja, merken wir Hilf uns mal lieber, Stefan Er lebt, er lebt Er hilft uns doch Gott, was ist denn mit dem Spiel los, ey Buggy bis mappen Ja, es kann ja sein, so gewollt ist es irgendwie Nicht alle Blödsinn Ich frage, jetzt kommen wir hier raus, lebend Nein, es ist überall, es brennt überall Aber es ist noch nicht, ne? Ich bin noch draußen Da hat ein Garten brennt Ist das so? Ja Das ist doch okay Ja, es ist echt Thorsten, bleiben wir übereinander Ah, hier irgendwie so ein bisschen Und sich verlieren, bitte Easy, läuft Das ist echt gut gerade, ne? Trailed by AI in 1.48 Das wüsste ich ja aber Wie, das wüsstest du aber? Keine Ahnung, ich trau den Spielern einfach nichts Der Kind lebt ja noch Ja, aber der macht ja nichts Das ist einfach so Der Trade macht ja dann ein 1.48 Woher scheine ich dann überhaupt? Ich hoffe, beim Truck Damit ich instant tot bin Hä, damit du dich da instant reinsetzen kannst Genau Wo steht noch Wade Wo ist locker bei Jacket? So, 5 Und? Kannst du dich kaum erwarten, dass... Yes Wow Wow Also das war ein ziemlicher Arschloch vom Spiel Höhen verschätzen und ähm... Reicht mir doch Wie, das war ein ziemlicher Arschloch vom Spiel Ich bin doch Also das war ein ziemlicher Arschloch vom Spiel